Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem ganz kleinen Infovideo. Es gibt mittlerweile ein paar Sachen, die wir mal ankündigen möchten oder erläutern möchten und deshalb, ja das geht in einem Infovideo ganz gut, deshalb machen wir das jetzt einfach mal. Ja, das hier ist unser Plan für heute. Erst möchte ich euch frohe Weihnachten wünschen, dann reden wir ganz kurz über das Programm auf unserem Kanal, über Zeitslots und ganz am Ende über pausierte Let's Plays bei uns auf dem Kanal und wir springen direkt zum ersten Punkt. Ja, frohe Weihnachten! Heute ist Weihnachten, heiliger Abend und ja, ich wünsche euch frohe, frohe Weihnachten, auch von den anderen beiden Jungs und wir hoffen, dass ihr schöne Feiertage habt, zusammen mit Familie, Freunden, Partnern und ja, einfach mal die freie Zeit genießt, egal ob es Schulferien sind oder Urlaub. Ja, habt einfach ein paar schöne Tage und ganz viele schöne Geschenke, das wäre ganz toll. Genau, dann springen wir direkt zum nächsten Punkt, nämlich unser Programm. Da ist es in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen durcheinander geraten und da wollten wir mal ein bisschen aufräumen und zum anderen auch darauf eingehen, wie es jetzt in den nächsten Tagen aussehen wird, also in den Weihnachtsferien. Machen wir mal Schritt für Schritt. Erster Punkt, Multiplayer. Da haben wir zwei Let's Plays am Laufen. Das eine ist Mighty Pirates vs. Hosenkorb. Ja, die Serie wird eine kleine Winterpause einlegen. Wir haben jetzt für Weihnachten nochmal eine Weihnachtsfolge und danach wird die Serie wahrscheinlich für zwei Wochen pausiert werden. Das liegt hauptsächlich daran, dass es einfach ein Multiplayer-Titel ist, den wir idealerweise gleichzeitig spielen sollten, zumindest pro Team. Bei uns Piraten wäre das nicht das Problem. Wir sind nur zu dritt, aber die Hosenkorbler sind zu fünft und über die Weihnachtsfeiertage ist das ein bisschen schwierig, dass die alle dann online sind, vor allem wenn sie dann gar nicht zu Hause wirklich sind, sondern irgendwie wieder bei Verwandten. Und deshalb haben wir uns einfach dazu entschlossen, ein bisschen zu pausieren. Aber im Januar geht es auf alle Fälle wieder weiter. Und ja, so wie immer dann. Kleine Pause also. Das zweite Projekt ist Project RET mit Bakerman und seinen Kollegen. Und hier sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir am vergangenen Montag in unserem Piraten-Stream ja schon ein bisschen weitergespielt. und dementsprechend auch jede Menge Videomaterial schon vorbereitet. Und dementsprechend wird es die kompletten Weihnachtsferien auf alle Fälle weiter mit Project RET gehen. Und trotzdem wird es danach, also erst im Januar, wahrscheinlich etwa eine Woche Pause geben. Das hat dann einfach terminliche Gründe, ähm, weil wir es da einfach nicht schaffen, ähm, ja, einen gemeinsamen Termin für den Livestream, idealerweise am Montag, äh, zu finden. Und, ähm, aber über die Weihnachtsfeiertage geht das Projekt erstmal weiter. Und danach, ja, werden wir dann schon sehen. Ja, etwas komplizierter sind unsere Singleplayer-Spiele. Äh, da habt ihr es vielleicht in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Da ist es ein bisschen mau gewesen auf unserem Kanal. Normalerweise haben wir immer drei Videos am Tag, ähm, zuletzt waren es immer nur eins oder zwei. Ähm, das einzige Spiel, was regelmäßig erscheint, ist momentan Arno 2205, dass der Jojo für euch spielt. Und das geht natürlich auch erstmal so weiter, bis das Spiel dann irgendwann mal durchgespielt ist. Ähm, ansonsten war alles so ein bisschen, hm, manchmal kam was, manchmal nicht. Ähm, das liegt gerade daran, dass wir nicht ganz so viel Zeit hatten. Ähm, beim Jojo, der hat immer noch Zeit für Arno gehabt. Äh, bei mir sieht es aber gerade ganz, äh, finster aus. Ähm, ich bin sehr, sehr viel unterwegs momentan und komme gerade gar nicht zum Aufnehmen von den Multiplayer-Titeln, mal abgesehen. Ähm, dementsprechend ist momentan alles sehr, sehr, sehr flexibel. Ich möchte das, äh, auf alle Fälle von meiner Seite in den nächsten Wochen wieder ein bisschen ändern, dass wieder mehr von mir kommt. Ähm, prinzipiell läuft ja Assassin's Creed Syndicate, das möchte ich auf alle Fälle noch weiterspielen. Es wird auch weiterhin ein bisschen FIFA-Videos geben und, äh, ansonsten habe ich auch schon ein neues Spiel, was ich unbedingt mit euch zusammen spielen möchte. Also, ähm, es wird auf alle Fälle von meiner Seite weitergehen, allerdings sehr, sehr flexibel. Und ich versuche da aber ein bisschen Rhythmus wieder reinzukriegen und, äh, ja, auch beim Jojo wird es neben Arno dann mal irgendwann wieder was geben. Also, es geht auf alle Fälle weiter. Genau, und das dritte, äh, ist, äh, ja, Minecraft Story Mode. Das ist so, äh, was momentan, äh, auch mal wieder ansteht. Wir haben die ersten beiden Episoden davon gespielt. Ähm, Episode 3 ist schon ein paar Wochen erschienen. Ähm, Episode 4 ist, glaube ich, jetzt erst, äh, wieder ganz frisch erschienen. Das ist auch geplant, dass wir das weiter spielen. Dafür müssten der Jojo und ich uns aber erstmal auch wieder treffen, um, äh, das gemeinsam aufzuzeichnen. Also, es ist geplant, ähm, wann genau können wir einfach momentan noch nicht sagen. Der nächste Punkt auf unserer Übersicht, äh, ist, sind Zeitslots. Äh, ja, was, äh, bedeutet das? Das bedeutet hauptsächlich, ähm, ähm, ihr seid's ja von uns gewohnt, dass wir bis zu drei Videos am Tag, äh, herausbringen. Und die sind jedes Mal, äh, jeden Tag um 14 Uhr, um 15 Uhr und um 16 Uhr erschienen. Wobei zuletzt, äh, der 16 Uhr Termin immer auf 15 Uhr vorverlegt wurde, damit wir zeitgleich die Minecraft-Videos veröffentlichen konnten mit den jeweils anderen, äh, äh, Multiplayer-Partnern sozusagen. Ähm, ja, und das hat uns nicht ganz so gut gefallen. Ähm, zum einen, äh, ja, war das alles sehr, sehr, sehr gepresst, vor allem mit 15 Uhr und 15 Uhr 30. Da ist eine halbe Stunde dazwischen, aber das Video, was um 15 Uhr erschienen ist, war manchmal länger als eine halbe Stunde. Also, so gesehen macht das schon mal nicht sonderlich Sinn, ähm, und deshalb wollten wir da ein bisschen mehr Puffer dazwischen haben. Und zum anderen wollten wir auch, dass wir unsere Videos ein bisschen mehr über den Tag verteilt veröffentlichen und nicht, äh, ja, in eine, in eineinhalb Stunden pressen. Und deshalb möchten wir in Zukunft, äh, unsere Videos um 14 Uhr, um 15 Uhr 30 und um 17 Uhr veröffentlichen. Also ein bisschen gestretcheder und über den Tag verteilt. Und, äh, das werden wir einfach mal in den nächsten Wochen so ausprobieren und wenn's gut aussieht und gut klappt, dann, äh, dann wahrscheinlich auch beibehalten. Gut, und als letzter Punkt, äh, in unserer Übersicht, äh, der betrifft pausierte Let's Plays. Ähm, ja, pausierte Let's Plays sind, entstehen immer dann, wenn wir zum Beispiel, ja, äh, irgendwelche frühen Versionen von Spielen spielen, die, äh, ein Update bekommen und man kann das Spiel gerade nicht weiterspielen und müsste wieder neu anfangen. Oder, ähm, dass man halt einfach mal ein bisschen abwarten will, dass man, äh, andere Projekte hat und, äh, dann einfach sagt, wir setzen das Spiel irgendwann anders fort. Ja, von diesen pausierten Let's Plays haben sich in letzter Zeit einige angesammelt. Und, äh, wir wollten mal ein bisschen aufräumen, weil darunter mittlerweile auch einige sind, die wir gar nicht mehr weiterspielen möchten. Und, ähm, ja, das, äh, wollten wir einfach mal hier ein bisschen näher erläutern. Ähm, also, pausiert war bisher, äh, Star Bounce. Das ist, ähm, für uns beendet. Äh, wir haben das ein paar Folgen vor langer, langer Zeit angespielt. Äh, es war schön, aber irgendwie hat's uns da nicht mehr so gereizt, äh, weiterzuspielen und, äh, seitdem war es oft pausiert. Und, äh, jetzt sagen wir einfach, wir werden es nicht weiterspielen. Irgendwie, wie gesagt, das reizt uns nicht mehr so sehr. Und deshalb, äh, ist das nun offiziell beendet. Goddus, ähm, ist auch beendet ab sofort. Ähm, eigentlich ein schönes Spiel. Von der Idee her hat mir damals sehr, sehr, sehr gefallen. Habe auch sehr, sehr viele Videos dazu, äh, veröffentlicht. Ähm, aber irgendwie die Umsetzung war irgendwie nicht so ganz gelungen, äh, was auch immer der Grund war, warum das dann wieder pausiert wurde. Und mittlerweile wird das Spiel ja gar nicht mehr so wirklich entwickelt. Ich weiß überhaupt nicht, ob überhaupt noch daran entwickelt wird. Ich glaube nicht. Und deshalb, äh, sehe ich auch keinen Grund mehr, es weiterzuspielen. Es, es verbessert sich leider nicht mehr. Dann haben wir Forced, äh, was auch eigentlich von der Idee her ein super tolles Spiel ist und auch sehr viel Spaß machen würde, wenn die Technik mitmachen würde. Wir haben, äh, damals im Multiplayer sehr, sehr viele Verbindungsprobleme gehabt, was es eigentlich fast unmöglich machte, das Spiel zu spielen. Und, ähm, dann haben wir gesagt, wir pausieren's, aber, äh, äh, ja, es reizt uns auch irgendwie nicht mehr. Deshalb ist es auch, äh, beendet. Dann haben wir Cities Skylines, ähm, ja, das, äh, hat sich Jujo überlegt, ob er das dann irgendwann auch mal weiterspielt. Mittlerweile hat er so viele andere Projekte, äh, dass er auch dazu gekommen ist, dass es nicht weiterspielen wird. Deshalb auch beendet. Dann haben wir Distant Worlds Universe. Auch das, äh, ja, ändert sein Status von pausiert auf beendet. Und, äh, Might & Magic Heroes 6, ähm, ist ebenfalls ab sofort beendet, äh, aus dem Grund, weil es, ähm, ja, nach hinten ein bisschen zäh wurde. Und, ähm, ja, dementsprechend beendet. Damit bleiben jetzt noch vier Spiele, die weiterhin pausiert sind. Das erste ist Grand Ages Medieval. Dann haben wir Lego Worlds, The Crew und Pixel Piracy. Ähm, Lego Worlds werden wir irgendwann mal wieder anschauen. Da ist, äh, ein bisschen Content Update drin. Ähm, das entwickelt sich ja auch, äh, rasend weiter. Und da können wir auf alle Fälle mal irgendwann wieder reinschauen. The Crew, äh, haben wir ja schon relativ weit gespielt. Da fehlt uns nicht mehr viel. Das wollen wir natürlich noch abschließen. Und, äh, ja, natürlich haben wir da noch Pixel Piracy. Ähm, ja, das ist nach wie vor nicht beendet aus meiner Sicht. Also, alle Pixel Piracy-Freunde da draußen, ähm, ich habe es immer noch nicht, ich will es nicht beenden. Es, es, äh, wird weitergehen. Sagen wir es mal so. Genau, das war es dann auch schon. Äh, doch ein bisschen länger geworden, als ich wollte oder dachte. Aber, äh, ich, das war jetzt einfach mal wichtig, dass es, äh, dass wir da ein bisschen aufräumen, dass ihr wisst, worum es geht, was, was, was sich bei uns tut. Und, äh, deshalb sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Und, äh, nochmal frohe Weihnachten und, äh, bis zum nächsten Mal. Servus!